Welchen Grad an Schutz und Sicherheit garantieren Holzkonstruktionen im Brandfall? Einen hohen Grad an Schutz und Sicherheit. Über Jahre hinweg wurde der falsche Glaube gestreut, Holzkonstruktionen seien wenig zuverlässig im Brandfall. Heute widerlegen die von Rubner Haus erreichten Zertifizierungen diesen Gemeinplatz und rehabilitieren Holz als sicheres und feuerfestes Konstruktionsmaterial. Spezifische Tests haben gezeigt, dass das Holz, mit denen die Rubner Häuser gebaut sind, die strukturellen und mechanischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen unverändert bewahrt. Darum haben die Konstruktionssysteme die Zertifizierung für Feuerfestigkeit bei tragenden Wänden erzielt.